Alles klar, wir machen euch mustermäßig fit. Ich bin Töpfer, ich bin ein mächtiger Krieger. Ich bin ein mächtiger Krieger. Guten Morgen, Mom. Oh, Blazy, los, Platz. Höser Drache, zurück in deine Höhle. Happy Birthday, du großer erwachsener Mann. Nein, Mom, das ist heflich. Ihr Freundchen, wisch dir nicht meine Küsse ab. Was? Du trägst das Sweatshirt von deinem Dad. Oh, na ja, endlich passt es. Oh, mein kleines Hamsterbäckchen ist so groß geworden. Okay, okay, ich muss noch was essen, bevor ich in die Schule gehe. Rückkrieger in Visier. Hey, du schaffst das. Du musst an jeden Schritt glauben. Oh, yeah. Du hasst mich, ja? Ja, ich hasse dich. Juhu. 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 Die Leibkot ist beruflos. Das ist los. Das ist unglaublich. Ja, aber geh weiter, sieh nicht zurück. Nein, einfach weitergehen. Du hast das Seil immer noch, oder? Ja, na klar. Vor langer Zeit war die Welt voller Wunder. Sie war voller Abenteuer. Es gab Magie. Allerdings war sie nicht leicht zu beherrschen. Und so fand man bald einfachere Lösungen. Aber ich hoffe, es steckt noch ein bisschen von dieser Magie in euch. Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 60 seid. Das ist ein Zauberstab. Dad war ein Zauberer. Euer Vater war Buchhalter. Dieser Zauber bringt ihn zurück. Was? Was? Dad wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Und zwar damit. Ich werde Dad kennenlernen. Wow, Füße! Ich helf dir! Barry, nein! Dad? Das sind nur meine. Kein Oberkörper. Ich weiß definitiv, dass Dad einen Oberkörper hatte. Oh, was habe ich getan? Hi. Wir haben nur 24 Stunden, um den Rest von Dad zurückzuholen. Wir gehen ihn suchen. Tada! Großartig! Los geht's! Ich bin dafür, dass wir die Straße des Todes nehmen. Aber über die Autobahn geht's schneller. Nicht auf lange Sicht. Schön. Dad, komm jetzt. Hey! Ihr seid tot! Attacke! Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot! Wir sind tot, wir sind tot. I'm going to throw tonight. Meet me in the valley when the kids are coming. Vorsichtig, es gibt womöglich Fallen. Oh! 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 Was ist das? Eine bodenlose Schlucht. Wir brauchen den Zauberspruch, der eine magische Brücke erschafft, über die du dann gehen kannst. Wenn du daran glaubst, dass die Brücke da ist, dann ist sie da. Du schaffst das. On Bord. Keine halben Sachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017